aloha meine lieben fische geborenen und alle die fische in ihrem schad haben ich bin die tine bei mir bekommst du verschiedene sternzeichen legung und heute wollen wir mal in die woche vom ersten bis siebten mai reinschauen ich habe wieder hier die mondbotschaften deiner seele von der anita schickinger und jean roland womit wir eine gesamt thematik für die woche springen lassen für jeden einzelnen tag gibt es eine hauptenergie von dem light sier starof und der chris ann und in der weiterführenden legung werde ich mit dem gilded reverie lennemann von jean machetti noch mal in jeden einzelnen tag klären wie sich das ganze jetzt im irdischen bei dir zeigt und zum schluss gibt es noch eine botschaft von the map von karl grey von den engel und ahnen wenn du interesse an der weiterführenden legung hast dann findest du den link unterhalb dieses videos in der infobox wenn du auf das kleine wortchen mehr klicks ansonsten am ende des videos verlinkt ist dir sehr gerne das besondere diese woche ist dass wir am fünften mai einen vollmond im skorpion haben skorpion ist achte haus da geht es um grenzerfahrung um neugeburt sozusagen die energie von phoenix aus der asche und wir haben auch noch eine mondfinsternis insofern sehr spannend und ja schau dir gerne dazu das video an was ich hochladen werde könnten auch wichtige impulse für dich dabei sein so jetzt aber los fische erste bis siebte april katsch mai sind ja schon im mai 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 erste bis siebte mai liebes universum bitte gib uns klare botschaften für meine fische geborenen und alle die fische in ihrem schad haben für den zeltraum erste bis siebte mai was ist die haupt energie was sind die haupt thematiken bei fische ok so da haben wir hier mond mond feenring und mond zunehmend spannend also auch bei dir ist das thema löse um dich neu zu binden und dich im lichte wieder zu finden thematik also es geht darum sich von alten vorstellungen zu lösen vielleicht auch von gefühlen die dich immer wieder einholen ja der mond ist die emotions welt und wird ja auch repräsentiert ja auch das fische zeichen hier geht es um deine alles was mit deinen emotionen zu tun hat das spektrum der gefühls werden alles also positiv wie negativ vielleicht hast du gerade so eine zeit wo du sehr sagen schwerfällig dich fühlst und etwas was dich vielleicht so ein bisschen ich sag mal es geht schon vielleicht so in die richtung depressiv neigt ja dann gilt es jetzt hier ins tun zu kommen oder die dinge sich anzugucken young weg ist ja eine männliche energie also sich damit auseinanderzusetzen und auch zum ausdruck zu bringen also young weg ist ja das nach außen tragen jingen energie wäre das empfangen und wir haben ja mond zunehmend mit der energie der erneuerung konzentriere dich auf die kraft der erneuerung und regeneration hast du hier eine anstrengende phase hinter dich gebracht wo es jetzt darum geht hier wirklich dich sich jetzt auf sich selber zu konzentrieren und vor allem sich noch mal bewusst zu werden über die energien in denen du immer noch gebunden bist ja um hier dann im endeffekt in die klarheit zu kommen und auch wieder zu kräften zu kommen das sind vielleicht der vorstellung von anderen oder schuldgefühle die dir andere ein also zu na wie soll ich sagen auferlegen irgendetwas was eigentlich gar nicht zu dir gehört wovon du dich hier lösen darfst und wieder zu in eine eigene kraft kommen darfst gut bin ich mal gespannt wie sich das jetzt die woche hier bei dir zeigt los geht es ich hätte gerne klare botschaften für meine fische geboren für montag bis sonntag wie gesagt habe es ja jedes mal und oft schon gesagt das kann eine hauptenergie für den jeweiligen tag sein oder ein aspekt einer gesamten thematik die sich für die ganze woche zeigt du schaust bitte in deine situation und setzt das für dich um beziehungsweise übersetzt das für dich weil wir sprechen davon allgemein von energien also schau mal was haben wir denn bei fische am montag können energie hier haben wir den gehängten also das könnte sein dass du hier aufgefordert bis in einer angelegenheit noch mal die perspektive zu wechseln einen anderen blick auf die dinge zu nehmen noch mal drauf zu schauen dich noch mal mit etwas auseinanderzusetzen nicht jetzt unbedingt in aktion zu treten sondern deswegen sagen sich der der thematik mit der du gerade beschäftigt bist hinzugeben auch geduld zu zeigen mit dir selber ja das kann auch thema sein der gehängte ist eine große arcana karte insofern auch hier die hauptenergie in dieser woche um da ist man ja an dem punkt wo man sich vielleicht auch ein bisschen hängen lässt oder ein bisschen gehen lässt ein bisschen ausruhe zurücknimmt wenn für entspannung sorgt würde ich mal so sagen ja gut gucken wir mal was wir am montag für energie haben königin der kelche bei der königin der kelche haben wir eine weibliche personen karte im zeichen der dass da schon wasserzeichen also sprich so wie du fische krebs oder skorpion also insofern schwingen auch die energien hier mit hier geht es erst mal um das radikale akzeptieren deiner gefühle der situation und auch das wieder ins vertrauen kommen in das selbstvertrauen kommen in deinen selbstwert und eine selbstliebe zu kommen und aus deiner selbstliebe heraus deine sorgen und den kummer den du vielleicht hast in einer angelegenheit loszulassen dass einer höheren macht zu überlassen sie gibt es ja auch im grunde nach oben ab sie empfängt aber gleichzeitig auch darüber so was wie ein gefühl der segnung würde ich mal so sehen sie ist sehr mit ihren gefühlen verbunden sie ist sehr empathisch und sehr erreichbar auf emotionaler ebene aber sie schafft es eben auch die dinge durch sich durchfließen zu lassen und sich das nicht alles so zu herzen zu nehmen was so um sie herum passiert gut was haben wir denn am mittwoch von energie also es kann ja sein dass du es mit so einer person zu tun hast oder entschuldigung oder dass es eben einfach um die emotionen die du hier wahrnehmen darfst wo du dich vielleicht damit hier mit der mond energie das spektrum der gefühlswelten dass du das in voller von umfragen am dienstag in irgendeiner weise wahrnimmst und dich auch damit auseinandersetzen der gehängte der beäugt das auch von allen richtungen und vielleicht geht es darum hier auch eine gewisse emotionale stabilität wieder herzustellen ja gut dann haben wir am mittwoch die sieben der kelche wieder kelchenergie hier geht es um deine herzenswünsche hier geht es um die dinge die du dir erfüllen möchtest es geht auch darum wieder zu einer balance zu kommen also in den sieben der kelchen bei der julia sieht man so schön sind die sieben chakren auch dargestellt wo es darum geht da wieder eine balance herzustellen wieder zu regenerieren und dich zu erneuern und genau zu entscheiden in was du hier auch kraft reingibst was jetzt dein herz erfüllt was dich wieder lebendig werden lässt und was dir glück bringt und freude bringt und auch zu unterscheiden ja was vielleicht luftschlösser waren oder sind und prioritäten hier neu zu setzen dass du guckst dass du hier emotional stabil bleibst was haben wir denn am donnerstag für eine energie da kommt der herrscher auch eine große arcana karte warum sage ich auch ach so wegen dem gehängten tschuldigung und der herrscher der fordert dich auf hier die führung zu übernehmen in einer angelegenheit das ist wieder energie vielleicht hast du es auch mit dem wieder zu tun vielleicht hast du es auch mit einem vorgesetzten zu tun einem chef oder einem teamleiter irgendjemand der dir in irgendeiner weise weisungsbefugt ist also hier ist jemand so ein macher typ so jemand der klar ansagen macht der weiß was er will der strukturen aufbaut ansonsten könnte es auch darum gehen dass du eben jetzt aufgefordert bist hier in deinem leben in diese position diese herrscher position zu kommen und für eine gewisse ordnung zu sorgen eine gewisse struktur aufzubauen zu sorgen und damit eben für stabilität in deinem leben in deiner gefühlswelt insgesamt zu sorgen also das ist jemand der sehr selbstbewusst ist der mutige schritte geht und der wirklich die fähigkeit hat großes aufzubauen und der integriert in seine ganzen erfahrungen seinen ganzen wissensschatz na das ist maß energie durchsetzungskraft das und maß regiert halt über widder deswegen schwingt der widder hier auch mit ist so die typische unternehmer energie ne jemand der wirklich hier in der in seiner kraft ist und vielleicht geht es auch darum dass du dich jetzt darauf konzentrieren sollst dass du wieder hier in deine führungsposition kommst dass du dein leben wieder in die hand nimmst und darüber herr deiner selbst bist sagen wir es mal so was haben wir am freitag könig der schwerter auch so eine typische unternehmer energie ist auch jemand der an dem die klarheit und die wahrheit nicht vorbeikommt ist aber ehrlich gesagt mit dem könig der schwerter er jemand der sehr rational unterwegs ist zahlen daten fakten orientiert und vor allem auch wahrheitsorientiert der auch klare ansagen macht in verbindung mit dem herrscher bitte aufpassen sollte das nicht deine energie sein könnte es sein dass du es hier mit jemandem zu tun hast der ein bisschen dazu neigt in so eine herrschsucht zu kommen ja der so ein bisschen er dann hat der zu er dazu neigt emotionslos zu sein also vielleicht ist das auch die ansage wenn du hier zu sehr in deiner gefühlswelt dich verfängst dass es hier darum geht die führung wie in deinem leben zu übernehmen und ich mehr auf die rationale seite zu legen um dich hier davon zu trennen also der könig der schwerte hat ja ein schwert und er hat eben auch die kraft dich von dem dingen zu zu lösen ja die dir nicht mehr dienlich sind neue strukturen aufzubauen damit du dich im licht wiederfinden kannst das war ja die botschaft vom fehnring bindung und erlösung und insofern kann der könig der schwerter hier auch hilfreich sein könnte auch eine person sein im luftzeichen sprich wasser mann zwillinge oder waage falls du es hier mit einer person zu tun hast okay dann haben wir freitag fische am freitag haben wir die zwei der stäbe bei den zwei der stäbe geht es um die vision um deine ziele und wünsche sehnsüchte die du hast was du in deinem leben gerne sehen möchtest und da gilt es halt ganz ehrlich mit dir zu sein und das auch ganz ehrlich zu kommunizieren und vor allem dir dessen auch erst mal bewusst zu werden mit dem gehengten hier in der spiegel nie warte mal montagdienst am mittwoch dann ist freitag samstag die königin der kirche ist hier liegt hier gegenüber also sprich es geht hier darum was dich glücklich macht was macht dich glücklich was erfreut dein herz was sind deine tiefsten sehnsüchte also da geht es darum hier wirklich dann auch eine entscheidung zu treffen für welchen lebensweg entscheidest du dich was möchtest du tun wer wenn du hier ein unternehmen aufbauen möchtest was ist deine vision was ist deine mission und was ist dein ziel dass du das für dich in die klarheit bringst gut gucken wir mal was wir am sonntag haben ritter der schwerter sprich also nachdem du dich damit auseinander gesetzt hast und geklärt hast was deine eigentliche vision ist kommt der ritter der schwerter auf dem plan und der ist derjenige der dann die schritte geht ja der dann die ansagen vom könig der schwerter sei es mal so auch befolgt und sagt okay alles klar ich weiß jetzt was zu tun ist und ich gehe jetzt diesen schritt schritt ich gehe jetzt diesen weg und verfolge jetzt dieses ziel diese vision das was wir hier aufbauen wollen was uns die stabilität bringt weil ich gerade noch was sie noch reinkommt was interessant finde ist die kombination von den großen arcana karten weil der gehängte ist ja eine sehr passive energie ne also hier ist er jemand beim loslassen loslassen von sorgen und kummer vielleicht auch von loslassen von begrenzungen und der herrscher das ist jemand der sich durchsetzt der grenzen überwindet herausforderungen annimmt und hier für sich einsteht also sehr selbstbewusst auftritt und sagt wer ist und was er kann und was er will so und auch der könig der schwerter ist jemand der klare ansammelt also wir haben eine starke führungsqualität die durchsticht mit der mission noch da in verbindung und dann noch den ritter der schwerter wo jetzt hier wirklich bewegung reinkommt entweder führt man jetzt klärende gespräche ja um den weg dann einzuleiten oder man muss direkt auch gewisse dinge ansagen kommunizieren in irgendeiner weise klärt sich dann auch was ok schauen wir mal was wir unter dem kartendeck haben fünf der schwerter wieder schwerter energie also gedankenkraft hier gibt es vielleicht aus harsche auseinandersetzung was ich hier schon so ein bisschen mitbekommen habe oder was so mitschwingt wo im grunde keiner ein gewinner ist ja da ist irgendwie streit macht kampf ego kämpfe die hier geführt werden können aber auch deine inneren kämpfe sein die sich hier zeigen gucken wir mal was wir dazu haben ok sechs der stäbe sagt mir aber an dass hier etwas überwinden überwunden wird also wenn es hier in irgendeiner sache herausforderungen gibt dann werden die überwunden du kommst wieder in deine handlungsfähigkeit und überwindet auch alle möglichen abhängigkeiten die du vielleicht hast oder süchte alles was dich fesselt was dich hindert du weißt genau jetzt das sind so toxische gedanken strukturen in die du dich selber begeben hast in diese herausforderung das überwindest du guck mal hier kommt die königin der münzen ist eine sehr schöne energie weil die bringt hier auf jeden fall so eine mütterliche energie rein sprich entweder ist das eine person die reinkommt die dir hilft ja die kaufmännisch sehr gut unterwegs ist aber dennoch sehr geerdet sehr bodenständig sehr fürsorglich die die ist mit der natur verbunden also sie sorgt für wachstum sie sorgt für stabilität genährt sein für harmonie sie hat ganz feine antennen und weiß ganz genau was die situation jetzt braucht damit die harmonie und stabilität rein kommt sie ist auch diejenigen die die finanzen managt also so eine mütterliche die die termine auch organisiert und insofern kommst wenn du in diese energie kommst ist das eine sehr sehr ertragreiche energie weil du hier auch mit deinen ressourcen sparsam umgehst und nicht wieder an dem punkt kommst dass du dich ja ausbrennst in irgendeiner sache also da kommt wieder stabilität gesundheitlich oder finanziell wie auch immer rein vier der münzen du hältst dir deine ressourcen zurück und setzt sie weise ein und damit bringst du hier wieder eine neue stabilität und neues fundament rein auf dem du dann gut aufbauen kannst auch hier zeigt sich der mond und der mond steht wie gesagt für deine sehnsüchte und deine wünsche und visionen dass du dich dem hingeben darfst und erwartet nämlich der page der stäbe und das ist ein neuanfang das ist ein neuer lebensabschnitt etwas was dir leichtigkeit und freude bringt ja sie ist hier ganz jugendlich gekleidet also das bringt ordentlich frischen wind in dein leben und mit der welt könnte das ja um etwas gehen was vielleicht mit dem internet zu tun hat ansonsten mit der öffentlichkeit dass du dich in der welt jetzt zeigt und hier einen kompletten neuanfang startest also das ist ja wahnsinn der der nahe direkt hinter der welt mit der welt schließt man eine seelenreise einen zyklus einen entwicklungszyklus ab und mit dem nahen fängt man vorne wieder an oder beginnt im grunde auch eine neue phase deiner seelenreise an also du lässt hier etwas altes hinter dir und fängst etwas neues an sehr schön das freut mich also werde dir über deine vision klar mach dir da mal gedanken was dich glücklich macht ja wo du in aus deiner selbstliebe heraus agierst reiche dir erstmal selber den kelch und sorge dafür dass du wieder zu kräften kommst dass nun eine emotionale stabilität kommst und hier deine wünsche die wollen irgendwie definiert werden und zum ausdruck gebracht werden und da geht es hier in die führung zu gehen die gewisse pläne zu machen strukturen fünf jahres plan sehe ich hier drin dass du weißt okay da möchte ich hin und das macht mich glücklich so wie auch sonst nehme ich jetzt gerne die karten vom shark spezzano hinzu und hätte gerne gewusst was jetzt hier deine herausforderung ist was ist für fische die herausforderung die verbindung die verbindung ja das kann eine verbindung sein zu deinem wunschpartner das kann die verbindung sein zwischen dir und deinen kunden dass man mit deinem projekt so das können ganz verschiedene sachen sein oder einfach dieses mit sich eine königin der kelche energie mit sich selber mit seinen gefühlen verbunden zu sein mit seinen wünschen mit seinen visionen verbunden zu sein und auch sich in gewisser weise dem hingeben und sich dem auch verpflichten ja und dann auch die schritte zu gehen nicht nur zu reden und zu sagen ja möchte ich gerne so würde ich das gerne haben wollen sondern auch in gewisser weise sich dem verpflichten und dann auch den weg gehen und da in die umsetzung kommen ins tun kommen denn hier sehe ich jetzt aktuell erst mal noch keine großartige energie die von schaffen umsetzen spricht außer der herrscher aber starbenergie haben wir jetzt erst mal nur die zwei der stäbe das heißt es ist noch der prozess der davor stattfindet und der ritter der schwerter der ist auch erst mal nur da in der jene der gespräche an in bewegung bringt dass da gespräch dass da was geklärt wird vielleicht aber ansonsten in der umsetzung sehe ich mal noch erst mal noch nicht so viel warum ist denn die verbindung so eine herausforderung und da haben wir die kontrolle vielleicht hast du das gefühl dass du die dein gegenüber oder die situation dann nicht mehr kontrollieren kannst wenn du dich einer sache verbindest oder mit deinen gefühlen verbindest ja vielleicht ist kontrolle hier könig der schwerter der ebenso eher so rational unterwegs ist vielleicht ist dir das immer sehr wichtig die kontrolle und den überblick das ist jemand der hier oben in den bergen sitzt und den big picture blick hat dass du das vielleicht angst hast dass du das aus den augen verlierst okay haben wir hier noch einen weiteren hinweis was die hier helfen kann in dieser verbindung ok soll ich in der fortsetzung machen alles klar machen wir in der fortsetzung wir klären das noch was hier wie das darum besteht und wie du dich daraus boxen kannst so jetzt extended nehmen wir auch noch die karten vom gilded reverie nummer und ich gehe in jeden einzelnen tag hinein ich freue mich wenn wir uns im extended wiedersehen wie gesagt den link findest du unter dem video allen anderen die bisher weiter also mitgeschaut mit geguckt haben vielen herzlichen dank vielen lieben dank für dein like für dein liebes kommentar dein kostenfreies abo und ja bis zum nächsten video habe eine wunderschöne woche ich hoffe dass dir das soweit geholfen hat die impulse die ich dir jetzt hier mitgegeben mitgeben konnte und für alle anderen bis gleich im extended